Ja, ich meine, so eine Rednernacht. Erstmal, ich habe mich gefragt, nachdem Henriette es schön anmoderiert hat, Limbeck, was hast du dir falsch gemacht? Ich musste in Köln ran und in Mainz. Zweimal Fasching und einmal Karneval oder so ähnlich. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich all die tollen Erfolgsgeschichten gehört habe, was machst denn du jetzt? Das waren ja nur tolle Erfolgsgeschichten. Ich meine, so mit 18 eine Firma gekriegt, 20 Millionen Umsatz, mit 25 jüngster Basketballtrainer Deutschlands, 5 Millionen Bücher, scheiße, da ist bei mir irgendwas schiefgelaufen. Ich bin der Letzte von dreien. Ruhrgebiet, Essen. Viktoria, Straße 101, Oma. Bruder studiert, Abi mit 1,1, meine Schwester im Brain. Mein Vater, so unter Tage noch Schweißer gelernt, Geschäftsverheidsmitständigen Konzerns geworden und ich mit 16. Dick, roter Haare. In England nennt man das Gingerhead. Man nannte mich manchmal auch Karlsson vom Dach, das mochte ich besonders. Schule und ich hatten auch nicht viel gemeinsam, deswegen war ich eher fertig mit der Schule wie andere Kinder, die haben sich da wenig um mich bemüht. Ich hatte aber, wie ich dann nach Hessen verschleppt worden bin, mit 13, durch meinen Vater beruflich, eine Referendarin an meiner Schule, die mein Leben ziemlich gerettet hat. Iris Weber. Sie sagte, Mensch, Martin, dein Englisch ist so miserabel, wenn aus dir noch mal was werden soll, geh mal ein Jahr nach Amerika. Gesagt, getan, ich ging nach Hause zu meinem alten Herrn, eher so konservativ, ruhig, introvertiert, also so ein Typ wie ich. Und ich sagte, du, Dad, ich will ein Jahr nach Amerika und er sofort, ganz souverän, sehr kurz, und wer finanziert das? Sag ich, gut, habe ich verstanden, Kohle muss ich selbst besorgen. Also wie ich zu Oma, väterlicherseits, bin streng katholisch erzogen worden, so Bibelfest, Kommunion, die zehn Gebote, auswendig, vorwärts, rückwärts. Ich war zweimal mit Oma die Woche in der Kirche, das war gut fürs Taschengeld. Ich sagte, Oma, ich brauche Kohle, aber nicht die, die Opa abgebaut hat, ich brauche 12.000 Mark, nur Wahres ist Wahres, sagte, ich komme, das ist mein Lieblingsenkelkind, machen wir. Und jetzt musste ich zu IST Sprachreisen, Test machen, wo ich für Amerika geeignet bin. Multiple Choice, war aber keiner zum Abschreiben da. Sagt der Prüfer hinterher zu mir, sagte, Junge, dein Englisch ist so miserabel, wie willst du da ein Jahr in Amerika überleben? Schlagfertig war ich damals schon ein bisschen, ich sagte, wissen Sie, wenn ich es könnte, müsste ich ja nicht hin. Sagt der, gut, wir nehmen Kohle, dann schicken wir dich. Gesagt, getan, jetzt musst du einen Bewerbungsbogen ausfüllen, so schönen Steckbrief machen, deine Hobbys und so, und dann soll sich so eine amerikanische Familie melden. In welchen Bundesstaat wollte ich gerne? Kalifornien, Surfen, Sonne. Wo bin ich gelandet? Roselle, New Jersey. Das ist so wie Offenbach, da möchtest du nicht tot über den Baum hängen. Roselle, New Jersey. Irgendwann ging es dann im Sommer in diesen Bomber, 350 Kinder rein, ich bin so als einer der letzten eingestiegen und so auf der Gangwehe bekam ich meine erste emotionale Inkontinenz. Weil ich realisierte, Mensch, so ein Jahr von Mama weg ist ganz schön lang. Weil ich war eher so der Typ, der im Landschulheim mit dem Stofftier von Lothar Seibert wieder abgeholt werden musste, wegen Heimweh. Aber ich dachte, komm, das ziehst du jetzt durch. Ich landete also JFK, so wie bei Einsatz in Manhattan, so von oben gesehen und dachte, geil, alle wurden abgeholt. Meine Hostfamilie hat sich um drei Stunden verschätzt nach hinten. Also saß ich da so allein und hatte schon viel Vertrauen in diese Familie. Dann kam er dann, Dr. Bill Cleveland. Und ich merkte, sie hatten einen sechsjährigen Jonathan, dem sollte ich Deutsch beibringen. Ich habe es dann erstmal mit meinen Nieren probiert. Und ich merkte auch, die hatten sie nicht viel zu sagen und so. Ich komme so aus, wirklich, meine Eltern, 55 Jahre verheiratet, richtig alles in Ordnung. Da gab es auch mal so Wellen, das hast du dann später mal mitgekriegt als Kind, wenn du ein bisschen älter geworden bist. Aber die haben das durchgezogen. Elfte Klasse sollte ich machen. Gab auch wichtig Regeln, ich liebe Regeln. Dann gab es so einen Bogen, ISD. Du hast keinen Führerschein machen. 100 Dollar, wer sagt da nein? Meine Kumpels sagen, das wäre heute noch zu sehen, dass ich den für 100 Dollar gemacht habe. Dann hatte ich eine Referendarin, so ähnlich wie an meiner Schule, Vertrauenslehrerin, die sagte, Mensch Junge, du bist ein bisschen älter, ein bisschen größer, willst nicht gleich Senior hier machen, 12. Klasse. Muss nach drei Monaten so einen State-Test machen. Ich war so an einer Mittelklasse-Schule in New Jersey. Der eine von Ihnen weiß das vielleicht, oder ihr wisst es vielleicht, in Amerika so, je mehr Kohle, desto besser die Schule. Ich war so im Durchschnitt an einer Schule. Und ich musste einen State-Test machen. Nach drei Monaten, ob ich geeignet bin, richtiges amerikanisches Highschool-Diplom zu machen. Hab den Test bestanden, konnte die Klasse überspringen und war dann im Senior-Jahr. Und was mich faszinierte, was mich faszinierte, war folgendes. Die Amerikaner nach der Schule arbeiteten alle. Die gingen arbeiten. Burger King, Roy Rogers. In Amerika geht es übrigens auch noch vom Tellerwäscher zum Millionär. In Deutschland heißt es, wer zertifiziert diesen Prozess? Und dann gab es welche, die haben Rasen gemäht. Und der Hausmeister in meiner Schule, der hat auch einen Lenskip-Service gehabt. Ich habe mich gleich gemeldet. Vier Dollar die Stunde waren drei Mark 40, war richtig Kohle. Ja, und Rasen gemäht. Dann kam Bill in mein Leben. Mein neuer Kumpel Bill, Unternehmer. 16. Sagte, Junge, was machst du im Winter? Sag, keine Ahnung. Ja, Rasen mehnen doof in Roselle. Stimmt. Sagt er, wenn du Kohle machen willst, komm mit mir Schneeschaufeln. Sagte ich, okay, Schneeschaufeln, gute Idee. Also was brauchst du, wie immer, gutes Material, so eine Schneeschaufel besorgt. Und dann ging es los. Dann ging es los. Ich morgens, 6 Uhr aufgewacht, schönen Nähbau draus gesucht. Ich sofort rauf an die Tür, bin ja höflich erzogen, Deutscher. Erst stellen, fragen, schreit Bill, stop, stop. So funktioniert Schneeschaufeln nicht. Sag ich, wie dann? Sagt er, ja. Du schälst nicht an, du schaufelst erst. Machst den Schnee weg. Danach schälst du an. Und das Motto heißt, erst schaufeln, dann schäffeln. Wie geil ist das denn? Ja? Und dann hatte ich es kapiert. Dann hatte ich es kapiert. Es hat lange gedauert. Erst schaufeln, dann schäffeln. Und das kennt ihr alle. Wissenschaftlich korrekt, damit ich auch so ein bisschen was wissenschaftlich ist, bei den vielen Doktor-Tehlern, heute hier und Professor-Tehlern aus, wenn ich genannt habe, Reziprozität. Reziprozität. Nicht Reziprog, das ist Bauer. Reziprozität. Du musst erst investieren, bevor du was rauskriegen kannst. Und das ist mir so bewusst geworden. Du musst erst investieren, bevor du was rauskriegen kannst. Was aber auch heute so, bei vielen im Verkauf auch, was meine Heimat ist, die wollen gleich kassieren. So ein typisches Einstellungsgespräch, wenn ich heute mit meinen Kunden spreche. Was für einen Firmenwagen, Handy, freie Verfügung. Wie viel Fixgehalt gibt es? Ach, Provisionen gibt es auch. Brauche ich nicht unbedingt. Hauptsache gut abgesichert. Und das funktioniert so nicht. Schauen Sie, wir haben ganz viele heute gehört. Es gibt so viele Erfolgstorys, so viele Motivationsbücher. Aber es gibt nur eine Sache, die mein Leben komplett verändert hat. Das war dieses Schaufeln. Dieses Etwas-Durchziehen. Und meine Eltern sind dann gekommen. Ich meine, ich habe dann richtig Highschool-Diplom gemacht. Drei Tage Party. Rote Robe, Hut auf, Football-Stadionsbuch überreicht kriegen. Danach mit allen Sinneserweiterungsmöglichkeiten, die es legal und illegal in New Jersey gab. War eine geile Party. Und das Wort heißt ganz einfach Disziplin. Wie diszipliniert sind Sie, Dinge durchzuziehen, wenn Sie dann das erkannt haben, was wir heute gehört haben. Hast du was gefunden, wo dein Herz für schlägt? Was dir Sinn gibt? Ich sitze mit meinem Freund, Prof. Dr. Lothar Seibert. 2010 in Orlando. Große Asal. 3000 Speaker da. NSA, also die guten. National Speakers Association. Und sitze mit ihm am Mittagstisch. Und auf der Bühne kommt ein Mann auf die Bühne. Muss ich vormachen, sensationell. Habe Ihnen das mitgebracht. Heute ein Freund von uns beiden. Ich hole ihn mal hier so ein Marshmallow raus. Werfe ihn mal hier ins Publikum kurz. Wer einen will, kann es ja einen rausnehmen. Nicht essen, ganz wichtig. Kommt auf die Bühne ein Mann aus Halb-Porturikaner, Halb-Amerikaner. Hi, my name is Joachim de Posada. And some people think I trained that accent. But I have to live with that every day. So ungefähr wie Mainzerisch. Und ich habe auch Del Garnicke gelesen. Wie gewinnst du, Freunde? Und der hat ein Buch geschrieben. Essen Sie den Marshmallow jetzt nicht. Kennen Sie alle das Experiment. 60er Jahre. Und was hat Walter Mitchell dort gemacht? Er hat eben Kinder, 4, 5 Jahre alt, in einen Raum gesetzt. Müssen Sie bei YouTube mal googeln. Sensationell. Da sitzen zwei Zwillingsbrüder. Der eine hält es nicht mehr aus. Der macht mit dem Kopf. Du, du, du. Auf die Tischplatte. Dann sehen Sie einen. Der leckt da dran. Legt den da weg. Und dann sehen Sie eine ganz clevere Frau. Generation Y. Die Hülle sehen aus. Ja. Sensationell. Sensationell. Ja. 15 Minuten warten, bevor Sie den jetzt essen. Und was haben die eben gemacht? Und der Test wird immer wieder wiederholt. Ja. Auch Joachim de Posada hat ihn vor kurzem wieder gemacht. Den Puerto Ricaner. Relativ einfach. Ja. In Puerto Rican. Er hat festgestellt, man hat noch von diesen 2.500 Leuten, damals 600, wiedergefunden. Heute sind wir mit Daten ein bisschen besser unterwegs. Was aus diesen Menschen geworden ist. Und es ist relativ einfach. Kennen Sie alles. Jetzt sagen Sie typisch amerikanisch. Klar, wir sollen von Amerika nicht alles übernehmen. Auch im Verkauf ist so. Die Amerikaner glauben uns im Verkauf 10 Jahre voraus zu sein. Ich sage immer, in Kalifornien sind sie gerade 9 Stunden zurück. Und ist aber dieser Punkt, dieser Leistungsanspruch an dich selber, dass du das, was du gerne machst, eben auch gerne machst, dass es dann eben keine Last ist. Und die Kinder, die auf die Belohnung warten konnten, die 15 Minuten, hatten meistens bessere Jobs, hatten glücklichere Beziehungen mit anderen, konnten teilen und sind einfach auch besser durchs Leben gekommen, auch finanziell. Reden wir nicht gerne drüber, aber wir haben es eben schon gehört, Hygienefaktor ist trotzdem da. Und die Kinder, die sofort den Marshmallow haben mussten, waren meistens sozialneidig. Sie kennen das, Neid musste dir arbeiten, Mitleid bekommst du geschenkt. Die Neider sitzen meistens in dem engsten Umfeld, also Nachbarn, Freunde. Und haben meistens keine gute Ausbildung gehabt, keinen guten Job und halten meistens nicht durch. Und jetzt sitze ich eben mit diesem Typen zusammen, der uns von diesem Experiment nochmal erzählt, und ein Buch dazu geschrieben hat mit Lothar Seibert am Tisch und sagt zu Lothar Seibert, Lothar, mein Freund, ich sage dir, eines Tages, das war 2010, stehe ich in Amerika im Mutterland des Sales auf dieser fucking Bühne Mainstage. Daraufhin, und sie haben ihn kennengelernt, er ist einer der feinsten Menschen, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind, immer wenn ich was brauche zum Thema Verlagbuch, gibt es nur einen, den ich anrufe, meinen Freund Lothar, guckt er mich an, ich will nicht sagen ein bisschen mitleidend, aber schon so ein bisschen mitfühlen vielleicht. Und sagt, Martin, das haben schon andere vor dir probiert, aber die brauchen keinen deutschen Verkaufs-Speaker hier. Und es ist so komisch bei mir, jeder hat ja andere Trigger. Wenn bei mir einer diesen Trigger drückt, dann sage ich, jetzt erst recht. 2012 war ich der erste Deutsche, der bei der NSA in Amerika, ich gebe es zu, einen Workshop hatte mit 350 Leuten. Und letztes Jahr in Vancouver, das ist die zweitgrößte Veranschauung, die über See passiert, auf der GSF war ich der erste Deutsche, der eine Mainstage hat. Mein Buch nicht gekauft hat er schon in Deutschland, der jetzt 100.000 Mal verkauft wird, in Amerika im November rauskommen. Und Randy Gates hat mir das Vorwort geschrieben. Und warum erzähle ich Ihnen das? Jetzt könnte man wieder meinen, so typisch Limbeck, mein Held, mein Auto, mein Boot und überhaupt, und er hat noch gar nicht erwähnt, dass er Einstiegsleisten in seinem Porsche hat, mit seinem Logo drin, das weiß man mittlerweile. Ich finde, da muss man nicht mehr drüber reden. Ich hatte eine schwere Kindheit, das wissen wir jetzt. Aber schauen Sie, dieses eine Ding zu finden, dieses eine Ding durchzuziehen und dann die Disziplin zu haben. Und ich sage es immer wieder im Ziel, warum scheitern die meisten Menschen im Leben? Sie scheitern auch deswegen im Leben, weil sie sich nicht verkaufen können. Weil verkaufen so etwas Negatives ist. Verkaufen ist Manipulation. Ja, es ist Manipulation. Wenn ich meinen Sohn nicht manipuliere, Bewerbungen zu schreiben, dann passiert da nichts, Generation Y. Mann! Ich wollte den ja ohne Erpressung erziehen. Ich bin gescheitert, ich gebe es zu. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, gehe ich alleine zu Eintracht. Wen bestrafe ich am meisten? Ja. Warum erzähle ich denn das? Weil machen sie ihr Ding, ziehen sie es durch, seien sie diszipliniert. Der Christian hat so schön gesagt, ich sage ja auch, manche stehen morgens nur auf, weil die Blase voll ist. Und es ist ja auch gar nicht so einfach. Dann stehst du da vor diesem Spiegel, siehst es ein bisschen Elend, so wie Adam oder Eva dich geschaffen hat, muss es irgendwie verkleiden, um über den Tag zu kommen. Und dann waren wir alle auf diesen Seminaren. Am geilsten finde ich die Seminare, wo du sagen musst, also ich habe alles durch, Geistheiler, NLP, mal hast du da Familienaufstellung, Psychotherapie, wo bist du, Doc? Ja, bei so Typen wie dir war ich auch. Ja, es hat alles nichts gebracht, bis ich endlich kapiert, dass es auch um mich geht. Und es darum geht, dass du diese negativen Dinge und alles, was hier negativ passiert, darum geht es mir viel mehr. Weil wir reden immer nur über den Erfolg. Ich bin auch gern erfolgreich. Aber wir lernen nur durch den Misserfolg. Nur durch die Niederschläge. Durch das wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes, wo das Leben zu dir BÄM macht, aber im negativen Sinne. Da machst du nicht. Ja! Verstehst du? Machst du nicht! Da bist du ganz bescheiden, bis du endlich mal kapiert hast, dass du dir Frauen immer nach demselben Muster aussuchst. Aber du brauchst das, bis du es kapiert hast, dass du ein Muster hast. Und du brauchst das, bis du kapierst, dass du immer diesen scheiß Kühlschrank nachts nach einer Flasche Wein nochmal magst. Und das ist aber morgens scheiße aussieht auf dieser Waage. Du weißt das da oben, aber du machst das trotzdem. Nee! Also sie nicht, aber so Deppen wie ich. Es hilft alles nicht. Du musst es durchleben. Der Punkt ist nur, wann kommst du darauf zurück und findest dein Ding, was dich mit dem Herzen triggert, wo du dann diszipliniert durchgehst und sagst, das mache ich. Und nimmst das erstmal an, bevor wir über Erfolg reden. Du brauchst diese Misserfolge. Und du musst anfangen zu suchen. Wir lesen immer die tollen Biografien. Ich kann die Geschichte von Steve Jobs nicht mehr hören. Seien Sie mir nicht sauer. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe seine Story. Stay hungry, stay foolish. Natürlich, menschlich gesehen war der Mann verwerflich. Der war nicht nett zu seiner Frau. Der war nicht nett zu seinen Kindern, heißt es. Der hat Menschen im Fahrstuhl rausgeschmissen. Trotzdem finden wir dieses Display, diese Selbstverliebtheit von denen total geil. Aber genau das hat der auch gebraucht. Dieses Yin und Yang, diese schwarze Seite vielleicht, um uns das andere Geschenk zu geben. Und wenn wir dann wieder vor diesem Spiegel morgens stehen, und dann sollen wir uns noch sagen, auf diesen Seminaren habe ich gehört, ich liebe mich. Das finde ich ja noch besser, wie ich nehme mich an oder ich finde mich gut. Aber machen Sie es nochmal. Machen Sie es morgen für mich mal. Machen Sie es morgen früh mal für mich. Sagen Sie mal diesem Spiegel, ich liebe mich. Ich kann Ihnen jetzt schon eins versprechen. Bei mir, ich kann nur vor mir sprechen. Hört sich das immer noch beschissen scheiße an. Deswegen sage ich zu dem Spiegel, ich bin zu geil für diese Welt, aber gehe trotzdem raus und helfe hier. Ja. Mein Satz. Den schenke ich Ihnen. Können Sie mitnehmen. Können Sie mitnehmen. Telefoniere jeden Tag. Wer hier im Vertrieb tätig ist, telefoniere jeden Tag. Ruf jeden Tag zwei neue Kunden an. Ruf jeden Tag zwei neue Kunden an. Jeden Tag. 200 Tage im Jahr. Realistische Arbeitstage mal zwei zusätzliche Kontakte sind 400 neue Kontakte. Du kannst Gesundheit. Du kannst gar nicht so viel verkehrt machen. Du kannst gar nicht so viel verkehrt machen, wenn deine Quote nur 20 Prozent ist. Bei 80 Terminen. Wenn du auf den Hof des Kunden fährst, deine Essklasse verkratzt, die Katze totfährst, deine Sekretärin anbaggert, die zufällig seine Freundin ist, ihm Kaffee überschüttest, dass du nicht mindestens vier Kunden aufschreibst. Mann. Kannst du nicht. Das Problem ist nur, dass du nicht telefonierst, du faune Sau. Wer war in Wolf of Wall Street drin? Wolf of Wall Street? Das ist ein Pflichtfilm. Mann. Kommt direkt nach Gedanken tanken und zählt's Lieders. So. Wo ist Chris? Wo ist mein Paravan Chris? Hier sitzt mein Juniorverkäufer. Steh mal kurz auf. Der Kerl hat bei mir angefangen vor drei Jahren. Der ist mir zugelaufen. Über seinen Vater. Schwache Netze. Facebook. Sein Vater schrieb, du pass mal auf, mein Sohn hat fertig genannt, auch wie du. Der Idiot hat Kopierer gemacht. Sag ich, dann kann er noch was aus diesem Werden. Der sucht einen Job im Außendienst. Sag ich, hab ich nicht, aber Telefonverkauf. Sag ich, schick mir den mal. Den gucke ich mir mal an. Der ist direkt da geblieben. Der hat in einer schwachen Führungskraft in seinem ersten Verkäufer ja bei uns 40.000 Euro Umsatz gemacht. Der hat im letzten Jahr 168.000 Euro Umsatz gemacht bei einer starken Führungskraft und hat in diesem Monat die 168.000 geknackt. Mit dem weichen Wolf of Wall Street. Entschuldigung, der ist nicht käuflich. Sag's direkt dazu, probieren Sie es gar nicht. Wie ich dir sodomiere, Reziprozität. Ich habe so viel für den getan, der soll in der Dankeschuld trinken. Der muss noch so lange schaufeln, bis der scheffeln darf. Glauben Sie mir, das dauert noch. Ja. So. Und wir waren im Wolf of Wall Street drin. Alle zusammen, mein ganzes Team. Ich habe irgendwie Mittwoch gesagt, er war eine Idee von ihm. Montag sagt er, wollen wir nicht in den Film zusammengehen? Sag ich, ja klar, aber ich bin die Woche viel unterwegs. Und Mittwochs war ich dann zu Hause und sag zu meiner Freundin, die auch mein Office leitet, auch da habe ich alles richtig gemacht. Steffi, guck, ich habe gedacht, weißt du, Arbeiten, Work, Life, Balance und so, lass die Frau arbeiten, passt. Und sag dann, komm, wir gehen Freitag ins Kino, laden das komplette Team dazu ein und dann sitzt er irgendwann in dem Film hinter mir. Wer den Film gesehen hat, da geht es um Wählversuche, also auch Disziplin. Wie oft rufst du einen Kunden an, wie oft kriegst du auf die 12 und rufst trotzdem nochmal an. Du musst noch ein bisschen verkauft sein, wie dieses Kind, das auf die heiße Herdplatte gefasst hat, ähnlich wie der Frosch. Du musst anders sein wie der Frosch, du musst zurück springen. Du musst nochmal auf die heiße Herdplatte fassen und dann weißt du, Nein bedeutet nichts anderes wie noch ein Impuls nötig. Das ist alles, was ein Nein ist. Und bisher hatte der Wählversuche am Tag, also Hörer abnehmen, ob einer dran ging oder nicht, 58. Dann guckt er mich an und wie er da hörte, bei Wolf of Worsche, 735 natürlich war ein Film. Ja, ich finde den Film total genial. Einziger Nachteil ist, wenn du nichts wirst am Ende, wirst du Trainer. Ja, oder Speaker. Und eine Woche später telefoniere ich mit ihm im Office, ich war wieder unterwegs, und ich habe dir gesagt, du Chef, geh doch. Ich hatte heute 84 Wählversuche. Ich sagte, jeden Abend vorm Einschlafen schaust du jetzt Wolf of Wall Street an. Wie diszipliniert ziehst du deine Sachen durch? Wie stark kommittest du dich? Und fangen Sie erst gar nicht an mit so vielen Dingen. Wir hören immer so viele tolle Erfolgsstörungen, Dinge, die wir tun sollen. Erfolgsjournal schreiben, das sollen wir weglassen, jenes soll einfach nicht tun, ich soll mich bewegen, ich soll morgens früh aufstehen. Ja, 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 ich bin aber doch keine Maschine. Ja, ich habe Fehler, ja, aber finde diese eine Sache, wenn du sie immer noch nicht gefunden hast, das ist meine wichtige Botschaft für heute, dann such weiter. Aber wenn du es gefunden hast, dann mach verdammt nochmal keinen anderen dafür verantwortlich, dass du nicht erfolgreich bist. Sondern sei, du disziplinierst, zieh dein Ding durch. Und es dauert eine Zeit. Ich mache mit bei der Speaker-Ausbildung, wo auch Stefan dabei ist, bei der GSA University, da haben wir jedes Jahr Speaker-Nachwuchs in der letzten Ausgabe, sage ich mal so schön, war eine dabei, zwei Jahre dabei. Er sagte, Martin, wenn ich auch so ein Buch schreibe wie du, sag ich schon nicht möglich. Also, rein theoretisch. Ja, weil nicht gekauft hat er schon, ist so genial vom Titel, können wir es mal kurz festhalten. Ja, dann übrigens haben sie schon gekauft, weil nicht gekauft haben sie es schon, weil, weil, die wollen alle über Nacht reich werden. Die wollen alle über Nacht erfolgreich sein, ob das im Verkauf ist, ob das in der Partnerschaft ist, ob das sonst so ist, das funktioniert nicht. Das ist jahrelange, harte Arbeit. Sie haben einen Mann vorhin auf der Bühne gesehen, Professor Doktor Seiler. Seit über 30 Jahren geht der Mann hier hoch. Seit über 30 Jahren macht er das. Warum? Weil er es trainiert, weil er diszipliniert ist und durchzieht. Und dann ist nochmal eins wichtig. Erst schaufeln, dann scheffeln. Tschau. Untertitelung. BR 2018